Heute Abend ist es endlich soweit. Sony wird weitere Details zur PS5 bekannt geben und veröffentlichen, welchen Part Rockstar Games bei dieser Präsentation spielt. Wir besprechen es in diesem Video. Und ich werde heute Abend um 20 Uhr auch live streamen. Somit schaltet auf jeden Fall ein, stellt euch jetzt einen Wecker für 20 Uhr und schaltet ein. Viel Spaß bei diesem Video. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julix. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ach Freunde, ich bin im Moment so happy. Ich baue ja jeden Tag an meinem Gaming-Zimmer, an meinem Heimkino weiter und es geht wirklich richtig gut voran. Es funktioniert alles besser sogar noch als gedacht. Und gestern kam, wie gesagt, das Heimkino rein. Wenn ihr Bilder dazu sehen wollt, geht einfach mal rüber auf Instagram, denn dort habe ich in die Story schon die aktuellsten Bilder reingepackt. Das nächste Video wirklich zu dem Keller kommt dann am Sonntag. Sofern, Leute, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Ich heiße dort Julix-YT. Wenn ihr es aber nicht abwarten könnt und wissen wollt, warum ich umziehe, was ich da baue und so weiter, dann schaut euch einfach nochmal mein letztes Video an. Ich verlinke es euch oben rechts in der Infokarte. Naja, kommen wir jetzt auch mal zum eigentlichen Thema von diesem Video, denn Microsoft hat ja bereits vor einigen Tagen die Xbox X genauer vorgestellt. Wir wissen, sie kostet knapp 500 Dollar. Es gibt einige exklusive Titel und vieles mehr. Dieses Event hatte damals auch recht viele Leute interessiert, weil man, sobald die Xbox X veröffentlicht ist oder dazu Preise etc. erschienen sind, auch weiß, in welche Richtung ungefähr die PS5 gehen wird. Preislich ist es ja immer relativ in einer Ebene. Und wenn jetzt die Xbox X 500 Dollar kostet, dann wird die PS5 nicht 5000 kosten. Wisst ihr, was ich meine? Somit hat man da schon mal eine ganz grobe Orientierung. Dazu kommt, dass die technischen Daten von der Xbox und von der Playstation auch immer relativ ähnlich sind und dann hat man schon mal so eine ganz grobe Orientierung. Aber das eigentliche Event, wo sich wohl jeder drauf gefreut hat und deutlich mehr als auf das von Microsoft gefreut hat, ist das von Sony. Das Event, bei welchem Sony erstmalig Preise, Exklusivtitel und vieles mehr zur PS5 nennen wird. Und genau dieser Tag ist eben heute Abend. Heute Abend um 22 Uhr, deutsche Zeit, wird nämlich Sony einen 40-minütigen Livestream starten, in welchem sie über Preise, Exklusivtitel und vieles mehr reden werden. Wir werden uns das Ganze auch selber im Livestream anschauen. Ich starte ja den Stream um 20 Uhr, dann werden wir zwei Stunden RP zocken und dann geht es eben weiter und wir schauen uns diese 40 Minuten zusammen, diese PS5 Sony Konferenz zusammen an. Das Ganze ist ja jetzt erstmal ganz schön und ganz gut, aber was hat das denn jetzt alles mit Rockstar Games zu tun? Naja, wir wissen, Rockstar Games und Sony stehen sich relativ nah und arbeiten sehr oft zusammen. Zum Beispiel die ganzen PS Plus Angebote in GTA Online. Wo war da Microsoft? Nirgends, es war immer Sony. Besonders deutlich wird es aber nochmal durch ein bestimmtes Statement, denn der Präsident von Sony, ich weiß jetzt auswendig nicht mehr, wie der Kerl hieß, Auf jeden Fall hat er gesagt, dass es ein Privileg ist, mit Rockstar Games zu arbeiten und dass Rockstar Games und Sony auch in Zukunft weiterhin zusammenarbeiten werden auf der Next-Gen Konsole. Außerdem wissen wir, dass GTA 5 für die PS5 noch einmal released wird und dann natürlich auch irgendwann noch GTA 6, dass es exklusive Updates nur für die Next-Gen Konsolen geben wird und vieles mehr. Aber wie komme ich darauf, dass heute Abend Rockstar Games irgendetwas während der Pressekonferenz oder diesem Livestream von Sony eben bekannt geben wird? Es ist nämlich folgendermaßen. Ob das Ganze sich jetzt auf ein Update, was dann exklusiv für die PS5 erscheint, bezieht oder ob es um die Unterschiede geht, welche die PS4 und die PS5 in GTA 5 dann haben oder die GTA 6 oder was auch immer. Der Grund, warum ich das Ganze denke, ist folgender. Rockstar Games hat auf Twitter immer einen angepinnten Kommentar und dabei geht es immer darum, was Rockstar Games als Neuestes angekündigt hat. Und bis gestern war dort eben der Tweet zum Summer Special DLC angepinnt. Jetzt hat gestern Rockstar Games diesen angepinnten Pin, kann man das so sagen? Diesen angepinnten Post eben weggenommen und es gibt es keinen angepinnten Post mehr. Das macht Rockstar Games immer, wenn etwas Neues angekündigt wird. Somit ist es höchstwahrscheinlich, dass entweder heute oder morgen irgendetwas angekündigt wird von Rockstar Games, was wieder als größeres Announcement gewertet wird und Rockstar Games auf Twitter wieder anpinnen wird. Versteht ihr, was ich meine? Rockstar Games pinnt immer den Post an, der die größte Relevanz in dem Zeitraum hat. Und das sind in der Regel größere Updates für GTA Online. Aber das Summer Special wurde jetzt eben abgepinnt. Das bedeutet, irgendetwas Neues muss da hinkommen und Rockstar Games wird da dauerhaft irgendwas anpinnen, weil es einfach so eine gute Werbefläche ist, ganz oben auf dem Feed zu sein und da etwas zu promoten. Somit muss die Tag jetzt etwas Großes Announce werden, was mehr oder einen höheren Stellenwert hat, als einfach nur das Summer Special. Und das ist eben der Grund, dass ich denke, dass Rockstar Games heute Abend irgendetwas in diesem Livestream ankündigen wird. Ich denke nicht, dass es GTA 6 sein wird. Ich glaube, es geht eben um den Release von GTA 5 auf der PS5. Vielleicht um die technischen Unterschiede. Vielleicht auch ein größeres Release Update, wo es direkt irgendwie krasse Sachen gibt. Und das Ganze wird jetzt schon angekündigt. Wäre zwar ein bisschen früh, aber irgendwo muss es ja ein Argument geben, warum man sich jetzt schon die PS5 kaufen soll. Und da wird Sony garantiert probieren, mit Rockstar Games zu werben. Und da muss ja irgendwie was kommen. Natürlich wissen wir hier leider noch keine Details. In ungefähr 9 Stunden ist es aber soweit. Der Livestream von Sony wird starten. Und wir schauen uns das Ganze eben zusammen im Livestream ein. Also stellt euch ein Wecker. Spätestens 22 Uhr solltet ihr mal in meinen Livestream hier auf YouTube oder eben auf Twitch einschalten und mit uns zusammen das Event, die 40 Minuten, verfolgen. In diesem Video wollte ich euch eben nur mal ganz kurz darüber informieren, dass das Event heute Abend vielleicht doch interessanter sein wird, als man jetzt so vielleicht denkt und sich so denkt, ja, Sony-Event, ja komm, ich gebe mir keine 40 Minuten. Aber wie man jetzt sieht, es gibt Anzeichen dafür, dass Rockstar Games eben irgendwas raushauen wird. Und daher sollte man auf jeden Fall mal heute Abend vorbeischauen. Und das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Wenn ihr mein letztes Video zu meinem Gaming-Keller noch nicht gesehen haben solltet, dann klickt mal oben rechts auf die Infokarte, um zu diesem Video zu gelangen. Und schaut es euch auf jeden Fall an. Das ist ein Megaprojekt. Ich habe da mega Bock drauf. Und es ist, glaube ich, auch der ein oder andere Trick dabei, den ihr bei euch im Gaming-Equipment verbauen könnt. Nun gut, ansonsten bin ich jetzt raus. Wir sehen uns heute Abend um 20 Uhr im Livestream. Haut rein, bis bald und ciao. Wir sehen uns heute Abend um 20 Uhr.